so hallo liebe zuschauer herzlich willkommen hier und zwar bin ich hier jetzt in dem spiel the town of light dieses spiel gibt es schon circa anderthalb jahre einige youtuber haben da schon ein let's play drüber gemacht aber ich habe hier jetzt in dem spiel die oculus rift auf der nase und zwar gibt es davon eine beta version nach langem hin und her und vielem einstellen und anfangen lief anfänglichen ruckeleien habe ich jetzt sie schafft mich damit bewegen zu können ohne dass mir schwindelig wird ich habe so gemacht dass kopfdrehung in die richtung wo ich den kopf drehe ich mich bewege damit ich mich nicht drehen muss weil wenn ich mich drehe mit dem stick muss ich sagen wird es mir schwindelig ich kann mich jetzt hier auch so ein bisschen seitwärts bewegen das geht auch noch aber wenn ihr jetzt anfangen würde mich zu drehen mit dem stick und mein körper steht da wird es mir persönlich schwindelig aber mit der einstellung die ich jetzt habe kann ich leben ich habe ein drehstuhl spiels und sitzen und kann mich da direkt hier sagen wir mal so um jeweils 90 grad kann ich mich drehen ohne dass ich mich mit dem kabel ein drehen ja und ich sage es mal ganz einfach so wie es ist also ich bin von der grafik unter der brille doch jetzt angetan zu anfang was katastrophal ich weiß nicht warum aber diese einstellung hier ist jetzt eigentlich genial man kann zu spielen und grafisch ist gar nicht mal so übel hier drunter unter der brille ja man den film kann man es jetzt natürlich nicht so sehen aber ich sag mal für jeden der jetzt hier von euch so eine brille hat ja kann ich euch empfehlen aus dem grunde weil im moment gerade ist das spiel für acht euro und ein paar zerquetschte bei steam im angebot und zwar minus 60 prozent und für acht euro passag wird steht auf jeden fall mal den spiele tipp muss ich so sagen also wer das spiel jetzt vielleicht schon hat der und weiß gar nicht dass er auf dem rift spielen kann der kann es jetzt gerne mal ausprobieren weil man nicht gleich aufgeben und sagen ist ein scheiß mal ein bisschen rum spielen mit der einstellung ich habe hier die grafik einstellung jetzt auf ultra ja und die monitoreinstellung auf hier hd full hd normalerweise habe ich in 2k monitor habe die auflösung jetzt aber runter geschraubt auf full hd also 1080p damit speyer dann noch ein bisschen ressourcen hier für die brille bei prozessor und grafikkarte laufen hier schon gerade relativ auf hochtouren und also ich kann es euch mal empfehlen das soll es jetzt auch erst mal so seine empfehlung von mir das einzige an dass ich mich klar erinnern kann ist charlotte meine puppe die charlotte ja gut wie gesagt ob ich hier jetzt ein let's play noch mache das weiß ich noch nicht aufgrund dessen weil es ja jetzt schon total viele eigentlich gibt weil das spiel ist ja schon anderthalb jahre auf dem markt und das spiel an sich hat sich ja nicht dadurch erinnert dass man so hoch spielen kann das muss ich mich hier so drehen muss aufpassen dass ich mich nicht eindrehen jetzt sind wir hier mal oben und wie gesagt ihr seht eigentlich ja so wie das auf dem monitor läuft so läuft hat hier jetzt auch unter der brille rené möchte sie nicht verlassen okay die will immer nicht dass man durch türen geht wie gesagt schaut euch das ruhig mal an ich kann es empfehlen und damit möchte ich mich jetzt hier erstmal schon mal von euch verabschieden und sage mal vielleicht mache ich vielleicht mache ich nicht ich weiß es noch nicht aber leute für acht euro patzer quetschte könnt ihr nichts verkehrt machen euch der teil mal auf dem rechner zu holen die brille anzuschließen und mal rein zu gucken wie das aussieht ist übrigens eine beta wie ich schon gesagt habe und man kann es umschalten scrg und l auf monitor und wieder zurück auf die brille je nachdem wie man lustig ist und wie man gerade kann aber wie gesagt die dreherei diese hier macht mich schwindelig deswegen drehe ich mich mit dem kopf und da wo ich den kopf hinhalte und drücke lauftaste vorwärts da laufe ich hin und das passt also vielen dank erstmal für euer interesse für euer zuschauen und wie gesagt bis zum nächsten mal wir sehen uns wieder euer exposito ciao ciao euer exposito 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 euer exposito